Fuck, Alter, der ganze Stuff ist hier unten. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nee, nee, komm hoch, Alter, bitte. Alter, bitte. Ich konnte nicht mal was auf. Alter, fuck, fuck, fuck. Yo, Leute, euer Beats heißt es euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Survival Games. Heute mal nicht alleine, sondern mit dem lieben Letzville. Hallo, ich bin hier. Ach, da hinten stehst du ja. Moin. So, wir spielen auf Wazewood und ja, wir laufen in die Mitte und dann würde ich sagen, wir laufen hinter dir den Weg, okay? Okay, alles klar. Oh, oh, oh. Und es geht los. Ich habe vier Erfahrungsflaschchen und Schuhe. Ich habe mega gute Rüstung, aber kein Schwert. Komm, hier ist noch einer, der hat noch eine Geste bekommen. Ich habe die andere. Okay, ich habe ein Schwert. Okay, ich bin direkt hinter dir. Ja, komm hier rein ins Haus. Okay, ich habe über ein Level. Oh, da kommen welche. Ich gehe hier auf Wazewood. Oh, lauf weg, lauf weg, lauf weg. Nee, ich sehe hier welche. Komm, die können wir holen. Ja, okay, dann komme ich rein. Ich komme rein, ich komme rein. Doch, die haben wir. Nimm du den mal. Ja, okay. Komm, komm, komm. Ich habe den einen und du hast den anderen. Jawohl, sehr schön. Oh, da kommt noch einer. Haben wir, haben wir. Jawohl, sehr schön, sehr schön. Alter, okay. Hier hat man viel Spannung zu Anfang, aber haben wir alles überlebt. Ich habe noch vier und eineinhalb Herzen oder so gehabt. Alter. Warte mal. Okay, Alter, du hast ja überwürdig. Ja, Mann. Okay, sehr gut. Alter, da draußen sind richtig viele. Warte mal, hier die Kiste, wurde die schon gelootet? Nee. War nur ein bisschen Essen drin, sonst nichts. Guck mal, ist hier noch irgendwo, hier kann man auch noch hochgehen, ne? Ähm, oh ja, stimmt. Kann man mal machen. Ich sehe noch was. Ah, hier. Oh, ein Steinschwert, ein Deer und Eisenstiefel. Nice. Hier ist auch noch eine Kiste. Ich habe... Ein Holzschwert. Hier ist auch noch eine Kiste. Ein Goldschwert. Was hast du für eine Waffe bis jetzt? Ein Steinschwert. Okay. Und hier auch noch eine. Okay, ich habe noch, glaube ich, ein besseres Rüstungsteil. Ich habe ja über ein Level, soll ich meinen Steinschwert enchanten? Komm mal hier raus. Hier bitte. Achso, lol. Warte. Okay, warte, ich gebe dir noch was. Weil ich habe im Prinzip auch noch ein Deer, aber du nicht, oder? Nee. Da könnte ich nämlich ein enchantendes Deer-Schwert machen. Oh. Alter, ja, mach auf jeden Fall. Ja, aber ich habe ja nur ein Deer. Okay, da hat er. Ja, lass mal, spiele es. Guck mal, da vorne sind mega viele. Da ist ein Zweierteam. Lass mal auf. Oh, die haben verzauberte Sachen. Lass mal die töten. Die haben bestimmt einen. Ja. Wo? Ach da, okay. Soll ich erst kurz los? Alter, nice. Mega heftig hier gebaut. Ja. Eine coole Map auf jeden Fall. Okay. Okay, komm, Zweierteam müssen wir jetzt bekommen. Easy, easy Dany PvP. Nee, die... Oh, der hat schon ein enchantendes Schwert. Ja, 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 habe ich ja gesagt. Oh. Ja, ich habe ihn. Alter. Okay. Hier, warte, nimm du das Schwert, nimm du das Schwert, nimm du das Schwert. Okay, danke. Weil ich kann mir eins sowieso noch entschaden. Okay, warte hier. Hier Eisenstiefel noch für dich. Danke. Okay. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, wie lieb von dir. Okay. Ich habe auch einen, äh, Ding, einen Trecker. Ein Trecker? Ein Traktor? Ein Traktor, ähm, von dem Baujahr 1988. Okay, warum 1988? Ähm, du, da, ähm, ist, äh, da habe ich meine offizielle, das kommt locker fast, äh, Intro. Da habe ich, ähm, da habe ich, ähm, mein, ähm, meine Traktorenfirma gegründet. Und, ähm, seitdem, ja, stelle ich dir her und, ja. Traktorenfirma. Okay, ey, da sind auch welche mit guter Rüstung. Alles klar. Warte mal, ein Schuss. Oh, der hat gesessen. Alter, die Brücke hier, die habe ich ja noch nie gesehen. Nein. Toll. Irgendwie nicht. Aua. So. Und, oh, oh, oh. Auf welchen, ja, warte. Oh, fuck, wir müssen uns einschnappen. Ne, ich, 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 ich kann nicht. Geh, geh, geh. Oh, fuck. Jawohl, geh weg, geh weg. Ich sec den anderen mit dem Bogen. Okay. Oh, nee, hab ich nicht gepackt, hab ich nicht gepackt. So, ich, save. Pass auf, okay, so zu zweit packen wir ihn. Zu zweit packen wir ihn. Ja, aber ich habe drei Herzen. Alter. Hast du noch Pfeile? Ich habe viereinhalb oder so. Ja, doch. Oh, er wurde zurückgepackt. Er wurde, nein. Fuck. Ich habe ihn, ich habe ihn jetzt. Oh, nein, doch nicht. Der springt runter. Ja, den bekommen wir. Oh, das hat geleckt. Wo ist er? Booste, booste, booste. Achtung. Booste. Komm nicht dran, ich komme nicht dran. Du hast eine Angel. Jetzt. Ja. Jawohl. Alter, sauber. Wir sind die letzten beiden schon. Ja. Fuck, Alter, der ganze Stuff ist hier unten. Ich weiß nicht, ob ich das überlebe. Nee, nee, komm hoch, Alter, bitte. Alter, bitte. Ich konnte nicht mal was auf. Alter, fuck, fuck, fuck. Alter, zwei, zwei, eine Blase. Oh, ich bekomme Schaden. Fuck. Fuck. Ja, Alter. Oh, Alter. Alter, wie tief. Zieh die zwei ein. Ja, das war richtig tief. Die Stelsel geht bis nach da unten. Junge, Junge, Junge. Alter, warte, ich tauche doch mal ganz runter. Vor allem, ich konnte nicht mal was einsammeln. Äh, aufsammeln. Oh, doch, ich sehe die Intems. Nein, ich habe es nicht mehr ganz runter geschafft, schade. Okay, wir sind jetzt beiden. Das heißt, wir können einen spannenden Fight machen. Also, normales Steinschwert oder so. Ich meine, das ist auch ein Schaden, mir ist das egal. Ich kann mir jetzt im Prinzip noch ein Schaden. Ich habe jetzt ein Dier-Schwert. Alter, nice. Nee, aber das benutze ich nicht. Ja, ja, logisch. Hm, ich weiß nicht, ich habe nur ein Holzschwert, ein Steinschwert. Oh, man kann keine Angel enchanten irgendwie. Ach man, das geht hier nicht. Na, das ist komisch. Egal, ich kann zwar irgendwas enchanten, aber... Hier, warte, machen wir mal so... Ähm... Hier eine Kettenhose auf Schutz 1. Alles klar. Oh. Eine Kettenhose auf Schutz 1. What the fuck? Okay, kämpf einfach mit einem normalen Steinschwert, dann macht es noch weniger Schaden. Ja, nee, habe ich aber eben doch. Ja, habe ich dir auch eins hängen gehofft. Ah, danke. Okay. Ähm, gut. Also, haben wir gleiche Rüstung? Ja, ne? Jo. Du hast Eisen... Äh, Diggins. Ja, okay, jetzt. Okay. So. Alles klar. Schutz 1 macht es eigentlich jetzt auch nicht aus. Nein, 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 das ist fast kein Unterschied. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit. Okay. 3, 2, 1, go. 1, go. Ohne Pfeile oder wie machen wir das? Ähm, jo, wir können ohne machen. Ja, okay. Mit TNT? Ähm... Okay, das machen wir mit TNT und hier Cockweb und so. Okay. Komm. Oh shit, oh shit. Nein. Ja, mit Cockweb, ne? Ne, ne. Leute, das ist zurückgebackt. Alter, ich habe eins gesetzt und das ist einfach zurückgebackt. Oh, oh, oh. Ey, jetzt habe ich es. Nein. Fuck, ich habe wieder Angel geschlagen. Okay, das war jetzt. Oh nein, jetzt habe ich mich auch... Okay, jetzt ist mein Leben vorbei. Nein, nein. Oh, das war richtig knapp. Nein, Spaß. Als ich mit dem Schwert drauf gehen wollte, hatte ich auszusehen die Angel. Und dann war ich voll verplant. Bin ich jetzt auf der 1 oder so? Ja, das kenne ich. Okay, war auf jeden Fall insgesamt eine gute Teamrunde. Haben wir sehr, sehr gut gemacht. Viele Teams ausgeschaltet. Das Video kommt heute noch. Deswegen würde ich einfach sagen, war es für heute. Morgen, ähm, ja, kommt dann wieder ein längeres Video. Was ihr sehen wollt, könnt ihr ja in die Kommentare schreiben. Ansonsten schaut beim lieben Letzt. Phil vorbei, der ist unten in der Beschreibung verlinkt. Und ja, ansonsten schenkt die ganzen anderen Links in der Beschreibung ab. Und Daumen nach oben, falls euch das Video gefallen hat. Ich würde mich sehr freuen. Und ja, dann sehen wir uns morgen beim nächsten Video wieder. Haut rein und bis morgen. Tschüss, euer Beats. Tschüss, euer Beats. Tschüss, euer Beats. Tschüss, euer Beats. Vielen Dank.